Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Wurzeln und Flügel für Kinder mit Ada Jungblut, Pädagogin und angehender Kinderpsychologe. Ich freue mich sehr, dass du den Weg zu diesem Podcast gefunden hast und freue mich sehr, dass du da bist. In diesem Podcast teile ich mit dir mein Wissen über Kinder, über Umgang mit Kindern, über Begleitung des Kindes im Alltag und verhelfe dir somit zu einem glücklichen und erfüllten Leben mit deinen Kindern. In dieser Podcast Episode möchte ich darüber reden, warum wir Kinder nicht dazu anhalten müssen zu teilen. In unserer Gesellschaft herrscht ein hartnäckiger Glaubenssatz, die Kinder müssen lernen zu teilen. Und viele Eltern zwingen auch ihre Kinder dazu. Sie haben Angst, dass ihre Kinder sonst Schwierigkeiten in Gruppen bekommen oder zum Außenseiter werden. Außerdem haben sie Angst, was andere Eltern über sie als Eltern denken könnten. Und für viele Eltern, ich glaube jeder kennt die Situation, wenn unsere Kinder laut Hals schreiend ihr Hab und Gut verteidigen. Und solche Kinder werden oft als egoistisch oder sozial unverträglich verzeichnet. Dabei ist es überhaupt nicht ungewöhnlich, dass Kinder nicht teilen. Es ist unser angeborener Instinkt, Dinge zu verteidigen. Und es ist das, was uns eins unter anderem das Überleben garantiert hat. Leihen wir gern unsere geliebten DVDs und Bücher aus? An Personen, die wir nie so gut kennen? Oder gibst du gern dein Handy an irgendeine Person, damit sie mit deinem Handy telefoniert? Oder eine ganz wichtige Frage ist, was passiert im Inneren unserer Kinder, wenn wir sie dazu animieren zu teilen oder gar zwingen mit anderen zu teilen? Stellt euch mal folgende Situation vor. Ihr bekommt einen Besuch und es kommen auch Kinder zu Besuch. Und euer Kind hat ein Lieblingsspielzeug. Nehmen wir an ein Auto. Und wenn das Kind, das andere Kind, was dazugekommen ist, dieses Spielzeug nimmt oder mit diesem Spielzeug spielen möchte, dann fängt euer Kind, dieses Spielzeug zu verteidigen. Es gefällt ihm nicht, dass der andere mit seinem Lieblingsspielzeug spielt. Es gefällt ihm nicht, dass der andere ohne ihnen Kenntnis zu setzen, dieses Spielzeug einfach nimmt. Und somit verteidigt das Kind laut, halsschreiend, wütend sein Spielzeug. Und das Kind wird immer lauter und lauter. Und wenn das Kind schon reden kann, versucht es in Sprache deutlich zu machen, indem er sagt, ich möchte nicht, dass du mein Spielzeug nimmst. Gib her, das ist mein Lieblingsauto. Und du darfst damit nicht spielen. In diesem Moment kreisen im Kopf des Kindes folgende Gedanken. Ich fühle mich total machtlos und ohnmächtig, weil der andere ja nicht akzeptiert, dass ich mein Spielzeug wieder zurückhaben möchte. Ich kann mich nicht wehren. Und das andere Kind kann gerade mit meinem Spielzeug machen, was es möchte. Ich werde in diesem Moment nicht gesehen und nicht gehört. Und keiner hilft mir. Dann passiert das folgende, das Kind geht auf das andere Kind zu und sagt, gib mein Spielzeug her, ansonsten schlage ich dich. Und was machen wir Eltern in solchen Situationen? Wir gehen auf unser Kind zu und sagen, du bist aber gemein. Sowas sagt man nicht. Und außerdem schlägt man nicht. Lass doch den Paul mit deinem Auto spielen. Es passiert nichts. Er spielt ein bisschen, dann gibt er dir das Auto wieder zurück. Was denkt darüber das Kind? Meine Mama sagt zu mir, ich bin gemein. Ich muss doch teilen lernen. Das Kind fühlt sich völlig missverstanden. Es hat doch mehrmals seine Grenzen gezeigt. Es hat doch mehrmals das andere Kind aufgefordert, das Spielzeug zurückzugeben. Und jetzt ist das Kind noch das Böse von den beiden. Das Kind fühlt sich sehr überfordert. Wir als Eltern sind meistens sauer. Das Kind versucht, sein Spielzeug weiter zurückzubekommen. Aber es gelingt ihm nicht. Das andere Kind ist hartnäckig und spielt weiter mit seinem geliebten Auto. Aber das ist doch mein Spielzeug, sagt unser Kind. Und in diesem Moment fühlt sich das Kind einfach schutzlos, unverstanden, ungeliebt und von uns Eltern abgestoßen. Weil wir unserem Kind in diesem Moment nicht den Rücken stärken, sondern ihn dazu animieren wollen, mit dem anderen zu teilen. Und gerade das Verstehen und Nachfühlen ist sehr, sehr wichtig. Wenn wir über eine bewusste, bedürfnisorientierte und von Liebe geleitete Begleitung unserer Kinder reden. Außerdem, um teilen zu können, brauchen die Kinder eine Fähigkeit. Und zwar Empathie. Die Kinder müssen erst lernen, sich in die Situation der anderen zu versetzen, um zu wissen, wie fühlt sich gerade das andere Kind. Sie müssen dazu erst in der Lage sein, eigenen Schmerz und den Schmerz des anderen zu erkennen. Und diese Fähigkeit müssen Kinder erst noch entwickeln. Und wir können unsere Kinder Empathie lernen, Empathie entwickeln, indem sie selbst Empathie erfahren. Indem wir als Eltern ihnen in solchen Situationen den Rücken stärken. Indem wir als Eltern in solchen Situationen für sie da sind. Und wir Eltern müssen lernen, uns nicht ständig auf das Verhalten des Kindes zu fokussieren, sondern auf dahinterliegenden Bedürfnisse. Wir müssen aufhören, von Kindern zu erwarten, wozu sie in ihrer Entwicklung schlicht nicht in der Lage sind. Und wozu viele auch im Erwachsenenalter noch nicht fähig sind. Aber wenn wir so eine Situation vor uns haben, zwei Kinder, ein Spielzeug und ein anderes Kind möchte unbedingt das Spielzeug meines Kindes haben. Was machen wir als Eltern? Wie verhalten wir uns als Eltern? Ganz einfach, indem wir die Entscheidungen unserer Kinder respektieren und ihnen den Rücken stärken. Und wir lassen sie in dieser Not und Überforderung nicht alleine. Fragt doch das andere Kind, ob es eine Alternative, zum Beispiel ein anderes Spielzeug haben möchte. Und röstet gegebenenfalls das andere Kind. Aber, aber lasst euren Kindern nicht einfach das Spielzeug wegnehmen. Wenn aber eine umgekehrte Situation eintritt, dass das Kind, was ein anderes Spielzeug haben will, euer Kind ist. Das heißt, ihr seid auf einem Spielplatz und euer Kind möchte unbedingt die Schaufel eines anderen Kindes haben. Dann gilt es in dieser Situation, eurem Kind zu erklären, dass es nicht sein Spielzeug ist. Und wenn das andere Kind ihm das freiwillig nicht gibt oder ihm freiwillig nicht erlaubt, damit zu spielen, dann hat euer Kind das zu akzeptieren. Und vergesst nicht, genügend Spielzeug bei einem Spielplatzbesuch mitzunehmen, damit eure Kinder genügend Spielzeug zum Spielen haben. Aber meistens ist es ja so, das eigene Spielzeug ist langweiliger als das Spielzeug der anderen. Aus diesem Grund, ihr Lieben, wenn ein anderes Kind auf euch zugeht und das Spielzeug von eurem Kind haben möchte und euer Kind gibt es nicht freiwillig, dann animiert das Kind nicht dazu. Dann hat das andere Kind es zu akzeptieren, dass euer Kind gerade sein Spielzeug nicht teilen möchte. Wenn euer Kind auf das andere Kind zugeht und sein Spielzeug haben möchte, was das Kind aber nicht freiwillig gibt, dann hat euer Kind dieses zu akzeptieren. Und in diesem Moment ist es wichtig, eurem Kind das zu erklären und eine Alternative anzubieten. Und vergesst bitte nicht, die Kinder durchlaufen eine Entwicklung und sie müssen Empathie erst entwickeln, bevor sie diese Fähigkeit anwenden. Aus diesem Grund zwingt eure Kinder nicht dazu zu teilen. Wenn sie es freiwillig machen, ist ja super, wenn sie es nicht möchten, dann ist es die Entscheidung unserer Kinder und diese Entscheidung müssen alle akzeptieren. So, meine Lieben, jetzt sind wir am Ende dieser Podcast-Folge. Ich hoffe sehr, dass ich euch mit ein paar Tipps den Alltag erleichtern konnte und ihr jetzt besser eure Kinder in bestimmten Situationen versteht. Ich werde mich sehr freuen, wenn ihr mir eine Bewertung auf iTunes hinterlasst, am besten 5 Sterne. Und ich habe mich sehr gefreut, hier für euch wieder diese Podcast-Folge aufzunehmen und freue mich sehr auf die nächste Woche. Hier war eure Ada.